Wenn jemand nicht so gute Leistung bringt, dann ist es durchaus möglich, dass der eine oder andere von denen aufrückt. Wie vielleicht auch Jörg Stritzerfeld. Na, na Jörg! Das hatten wir schon mal. Es ist zwar lange her, dass einer ohne Ski abgesprungen ist. Es ist alles noch glimpflich davongegangen. Hilf Himmel, was hat er hier angestellt? War der Ski nicht richtig festgemacht? Hans-Peter, du bist an der Reihe. Ja, so wie es aussieht, man sieht es hier ganz genau, die Sicherheitsbilder nicht richtig eingehackt und beim Verlassen des Sanktisers ist der rechte Ski weggegangen und dann hatte man jetzt keine Sorte mehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Onienia? Was ist das? Das war's für heute. . . . J grad der Nielkamen Die Nielkamen Der Tod wird ihn überschneimt zu sehen. Sie spielen sehen. Das war das erste Nielkamen. Ich habe jetzt sehr gut von der Nielkamen und ich denke, dass er das zu sehen kann. Du hast sie verändert, dass der Nielkabson ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.